Vespiai, Lat, Vespia oder Vespia war eine bedeutende antike griechische Stadt im Süden Böziens und Mitglied des Böotischen Bundes. Lage, Vespiai liegt im Süden Böziens an einer alten Durchgangsstraße nach Nordgriechenland am östlichen Fuße des Berges Helikon, der in der griechischen Mythologie als Wohnort der Musen berühmt war, die deswegen gelegentlich auch Vespiaden genannt werden. Vespiai lag am Fluss Permesos auf dem Gebiet der heutigen Dörfer Leondari und Elopia, im Norden grenzt sie an das Territorium von Haliathos. Geschichte Die Stadt wurde bereits von Huma erwähnt, stand aber, wie auch Plataiae oder Orchuminos, immer im Schatten und in Konkurrenz zur mächtigen Nachbarstadt Theben. Diese hielt die kleineren Nachbarstädte gerne in Abhängigkeit, ähnlich wie Athen die Städte Attikas. Berühmt wurde Vespiai im Krieg gegen die Peser unter Xerxes I., an dem die Stadt im Gegensatz zu Theben teilnahm. Insbesondere hierbei durch die Unterstützung der Spartiaten unter Leonidas bei der Schlacht bei den Thermopylen 480 v. CHR. Je nach Überlieferung sollen 600 bis 700 Tepir den 300 spartanischen Hopliten dort beigestanden haben und sämtlich im Kampf gefallen sein. Delbrück schlägt alternativ vor, dass die Tepir wie die anderen Truppen außer den Spartanern vom Pass abgezogen wurden, aber auf dem Heimweg von den schnellen persischen Truppenteilen eingeholt und vernichtet wurden. Die Stadt wurde von Xerxes daraufhin niedergebrannt. Trotzdem beteiligten sich die Tepir auch an der Schlacht von Plataiae, in der die persischen Invasions-Truppen endgültig geschlagen wurden. Die Stadt wurde danach wieder aufgebaut. Im Peloponesischen Krieg wurde Böcien 424 v. CHR. von Athen angegriffen. Die Böthir konnten sich jedoch in der Schlacht von Delion gegen die Athener durchsetzen. Bei dieser Schlacht hatten die Tepir so große Verluste erlitten, dass daraufhin die Tepir die Schwäche des P. ausnützten und die Schleifung der Stadtmauer durchsetzen konnten. In der Folgezeit versuchten die Tepir durch ein Bündnis mit Sparta neben Theben bestehen zu können. Doch nach der Niederlage Spartas gegen Theben bei Leugdra 371 v. CHR, bei dem die Tepir zur Teilnahme an der Seite Thebens gezwungen wurden, wurde die Stadt wiederum von den Tepanern zerstört. Die gesamten Einwohner wurden aus Böcien verbannt. Sie konnten erst mit dem Friedensschluss des Philokrates 346 zurückkehren. Nochmals wurde die Stadt aufgebaut und hatte in der makedonischen und auch römischen Zeit einige Bedeutung. Die Militärlisten des B.I. sind von den 260er Jahren bis ca. 146 v. CHR überliefert. Die Zahlen der wehrpflichtigen 20-Jährigen fallen ab 180 v. CHR stark ab und liegen meist unter 20. Während dies teilweise auf organisatorische Veränderungen zurückzuführen sein mag, ist vermutlich auch sinkende Bevölkerungszahl anzunehmen. Kultur In Dasbii wurde vor allem der Gott Eros und die Musen verehrt. Zu Ehren des Eros und der Musen wurden Spiele abgehalten. Am berühmtesten jedoch war die Eros-Statue des Praxiteles, die schon in der Antike einen beträchtlichen Touristenstrom nach Dasbii brachte. Die Statue wurde von Caligula nach Rom abtransportiert. Forschungsgeschichte Der Brite W.M. Lieb besuchte die Fundstelle 1802 und 1806 und berichtete von einigen Ruinen, darunter Kirchen aus der frühchristlichen Zeit und dem Mittelalter, sowie den Resten der römischen Stadtmauer. Die Lage der Stadt war umstritten. Oeller lokalisierte sie in Neochiori und hielt die Ruinen in Leondari für die Überreste des antiken Tispa. Albert Schachter nimmt an, dass das Ach-Arche des B.I. um den Apollo-Tempel von Tho-Umbau-Zeilag und erst nach den Perser-Kriegen an seinem späteren Standort verlegt wurde. Erste Ausgrabungen fanden durch Paul J. mit von der École Française Dertines zwischen 1889 und 1891 statt. Er untersuchte unter anderem die Stadtmauer und entdeckte zahlreiche Inschriften. Das Gelände der Stadt ist also kaum nicht modern überbaut und wurde durch Anthony Snorchres und John Bindleaf zwischen 1989 und 1991 durch Begehungen. Untersucht Besiedlungsgeschichte Das Gelände der Stadt war bereits im Neolithikum besiedelt. Ein Tell auf dem Gebiet der späteren Stadt datiert in Spä-Neolithikum hat bisher aber keine Baubefunde geliefert. Klassische Zeit Die spätere Stadt S.B.I. entstand wahrscheinlich in spätgeometrischer oder ach-arscher Zeit aus mehreren Siedlungen im Osten der späteren Stadt. Bereits die ach-arsche Stadt besaß mehrere Friedhöfe am Stadtrand, vor allem an den Straßen wie auch in der Antike üblich. In klassischer Zeit lagen im direkten Umfeld der Stadt mehrere Friedhöfe, in weiterem Umkreis größere Höfe, Dörfer, Kleinstädte und Einzelhöfe, die sich vermutlich in Familienbesitz befanden. In entlegeneren Bereichen der Chora, Lesefunde aus dem Bereich der Einzelhöfe weisen relativ viele Scherben von Essgeschirr auf. Diese Höfe dienten also wahrscheinlich als Wohnsitz der Besitzer, im Gegensatz zu der römischen Zeit. Binlew nimmt an, dass das Land im Umkreis von S.B.I. von Stadtbewohnern bearbeitet wurde. Die Friedhöfe lagen vor allem auf den schlechteren Böden und scheinen auch später nicht beackert worden zu sein. Im Umfeld der Stadt befanden sich auch ländliche Heiligtümer, von denen LSE I und III in ach-arsche Zeit zurückgehen. In Papauzai in der Nähe der Brücke über den Askisch Botamus lag in klassischer Zeit ein Apollo-Tempel, der von Paul J. mit ausgegraben wurde. Es handelt sich vielleicht um den inschriftlich bezeugten Tempel des Apollo-Arch-Etchtes. Eine Straße verband S.B.I. mit dem Hafen in Kreuzes. In spätklassischer Zeit erreichte die Siedlung ihre maximale Ausdehnung von ca. 95 Hektar, um danach kontinuierlich zu schrumpfen. Etwa einen halben Kilometer westlich der Stadt lag der klassische Friedhof. Der Siedlungsschwerpunkt wanderte in der Folge nach Osten. Bindliff nimmt an, dass die Stadt in klassischer Zeit 10,000 zu 14,00 Einwohner hatte. Zu ihrem Territorium gehörten auch die Städte Lektra und Eutreses. Die römische Siedlung war etwa 42 Hektar groß. Bindliff rechnet mit ca. 5300 Einwohnern in der Frühzeit, 6000 in spätrömischer Zeit. In spätrömischer Zeit wurden in der S.B.I. zahlreiche Kirchen erbaut, deren Ruinen im 19. Jahrhundert noch teilweise sichtbar waren. In römischer Zeit wurde der Friedhof von der S.B.I. West 2 überbaut und wurde zu einem Siedlungsschwerpunkt. Einige der ländlichen Heiligtümer im Umkreis von der S.B.I. wie LSE 1 verloren ihre sakrale Bedeutung, wurden aber weiterhin als Höfe genutzt. Auch einige der Dörfer oder Weiler scheinen aufgelassen worden zu sein, ein Trend, der sich aber in spätrömischer Zeit wieder umkehrt. Im Tal der Musen entstand ein Dorf oder eine Kleinstadt. Nach den Ergebnissen der Begehungen von Bindliff und Snodgress dehnte sich das Ackerland von 42 auf 48 Hektar aus, blieb aber deutlich unter den 95 Hektar der klassischen Zeit. Es wurden zahlreiche neuen Gebäude errichtet, wie sich vor allem aus den Ziegelfunden ableiten lässt. Die Wirtschaft scheint nun stärker auf Marktproduktion ausgerichtet zu sein im Vergleich zu der weitgehenden Selbstversorgung in klassischer Zeit. Eine extensivere Landnutzung scheint Düngung zugunsten einer Grünbrache aufgegeben zu haben. Gemüse und Wein nahmen zugunsten von Oliven, Getreide, Hülsenfrüchten und Grünfutter ab. Ein ähnlicher Trend ist in der südlichen Argolis nachzuweisen. Die ländlichen Siedlungen konzentrieren sich stärker auf fruchtbare alluviale Böden. Bindliff rechnet für das Hinterland mit 20,000 zu 25,000 Einwohnern. Im 5. Jahrhundert oder später vielleicht unter der Drohung von Slaveneinfällen im 6. und 7. Jahrhundert wurde ein Areal von 12 Hektar des Stadtgebietes unter Nutzung von Spolien aus der klassischen Stadtmauer und anderer Reste, wie einer Statue von Vecius Anguius Pretextianus, einem Gouverneur des späten 4. Jahrhunderts, befestigt. Im Mittelalter entstanden in der Chora von Desbye zahlreiche Dörfer wie Eremocastro, Askra, Paläoneokuri und einem Siedlungsschwerpunkt unbekannten Namens in den durch Begehung identifizierten Lukos TSH 14, der in fränkischer Zeit zugunsten von THW 12 im Askrisput Amorstalwüst fiel. In byzantinischer Zeit fand vermutlich eine Neuaufteilung des Territoriums statt. Die alten Grenzen des Stadtstaates verloren endgültig ihre Bedeutung zugunsten eines Netzwerkes von relativ gleich großen Dörfern. Eremocastro blieb auch in fränkischer Zeit Bischofssitz. Die Siedlung selbst gehörte einem Kloster. Unter osmanischer Herrschaft wurde die Siedlung in das besser zu verteidigende Neueremocastro im Westen verlegt. Cascaveli-Leonari ist dagegen eine albanische Gründung des 14. oder 15. Jahrhunderts. 1802 standen auf dem Gelände des antiken Daspiei noch drei Häuser, die aber in der Folge aufgelassen wurden. Heute ist die Stadtfläche unverbaut. Wissenswertes Der Name des berühmten ersten Schauspielers Daspiste im 6. Jahrhundert v. C.H.R. lebte hat nichts mit Daspiei zu tun. 2. Jahrhundert v. 1. Jahrhundert v. 1. Jahrhundert v. 1. Jahrhundert v.